Fünf Fakten über Auswirkungen der Corona-Pandemie 2020 auf die Wirtschaft in Sachsen laut Zahlen des Statistischen Landesamtes. Erster Fakt. Die Gesamtumsatzentwicklung in der Industrie war im Vorjahresvergleich 2020 trotz zwischenzeitlicher Produktionsunterbrechungen mit minus 6 Prozent auf rund 57,2 Milliarden Euro weit weniger stark rückläufig als zu Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 mit minus 15,7 Prozent. Zweiter Fakt. Die Beschäftigungsentwicklung im Bauhauptgewerbe zeigte mit plus 1,5 Prozent bzw. im Ausbaugewerbe mit plus 2,6 Prozent gegenüber 2019 faktisch keine negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Dritter Fakt. Trotz Schließung vieler Ladengeschäfte im Einzelhandel waren insgesamt 6,7 Prozent Umsatzsteigerung von 2019 auf 2020 zu verzeichnen. Darunter jedoch im Detail zwischen minus 22 Prozent Rückgang im Handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren und plus 24 Prozent Zuwachs im Versand- und Internethandel. Vierter Fakt. Der Umsatz im Gastgewerbe 2020 brach um beinahe ein Drittel und die Zahl der Beschäftigten um mehr als ein Zehntel im Vergleich zum Vorjahr ein. Fünfter Fakt. Die Anzahl der Übernachtungen im Beherbergungsgewerbe ging 2020 gegenüber 2019 infolge zwischenzeitlicher Beherbergungsverbote für Touristen und deutliche Einschränkungen im internationalen Reiseverkehr, um insgesamt mehr als ein Drittel auf 13,5 Millionen und damit den niedrigsten Stand seit 1998 zurück.